Musik Samet und Wolf, also eigentlich seid ihr zu zweit. Ich habe hier noch hervorgehoben, Brückenbauer zwischen analogen und digitalem Lernen einerseits, sowie zwischen klassischem und agilem Lernen andererseits. Da haben wir wieder den roten Faden, agiles Lernen, der sich ja heute so ein bisschen, denke ich, von der Keynote über die einzelnen Sessions und dann wieder zu den nächsten Keynotes zieht. Ich würde jetzt einfach den Ball zuspielen. Du hast ja auch nicht allzu viel Zeit. Selbstgesteuertes Lernen mit Lernbegleitung unterstützen. Genau. Danke dir, Jochen. Ja. Ganz kurz, wir sind zu zweit ja angekündigt gewesen. Dr. Samet, also das bin ich und der böse Wolf, der ist leider erkrankt, hat sich verschluckt. Nein, schlechter Scherz zu Beginn. Wir, wie Jochen gesagt hat, verstehen uns so als Brückenbauer. Wir beschäftigen uns mittlerweile seit 2013 mit dem Thema digitale Transformation, haben auf der anderen Seite aber auch ein großes Herz für Präsenztrainings und Präsenztrainer. Ich bin selbst seit 25 Jahren quasi im Geschäft und habe das Thema mitgebracht, selbstgesteuertes Lernen durch Lernbegleitung unterstützen. Dazu meine Folien. Augenblick, bitte. Genau. Zum Thema selbstgesteuertes Lernen, bevor ich dann gleich zum Thema Lernbegleitung komme. Selbstgesteuertes Lernen ist ja eines der Hot Topics in der Weiterbildungslandschaft aus meiner Sicht. Einerseits wird es natürlich als unglaublich wichtig angesehen. Auf der anderen Seite, Erfolgsgeschichten sehen meist anders aus. Also selbstgesteuertes Lernen ist absolut kein Selbstläufer, vor allem, wenn ich so ein bisschen in formalere Geschichten gucke, Lernvideokurse, Online-Kurse etc. Und da ist dann schnell so die Frage, will der Lernende nicht selbstgesteuert lernen? Kann er es vielleicht nicht oder darf er es vielleicht aufgrund bestehender Führungsinstrumente nicht? Das ist so ein bisschen der große Mythos zum Thema selbstgesteuertes Lernen. Ich erlebe oft, dass dann manchmal so ein bisschen über Lernende geschimpft wird in den LND-Abteilungen. Und es wird auch schnell der Ruf laut nach anderen, besseren und mehr Tools, die diese Selbststeuerung stärker fördern können. Das ist sicherlich auch ein ganz richtiger und wichtiger Ansatz. Ich möchte euch aber heute einen anderen Ansatz vorstellen, und zwar den Ansatz der Lernbegleitung. Das heißt, ich gehe nicht so sehr auf Tools und so ein, sondern eher auf diesen didaktischen Konzept von Lernbegleitung. Und dazu hat ja Nele Graf in ihrem Vortrag auch schon bereits mehreres erwähnt. Was macht eigentlich ein agiler Lernbegleiter? Ich stilisiere das jetzt mal zu einer Person. Das können natürlich auch je nach Organisation unterschiedliche Personen ausfüllen. Der agile Lernbegleiter grenzt sich ab von anderen Rollen dadurch, dass der Fokus bei dem Arbeitsplatz und zeitnahen Kompetenzaufbau liegt. Das heißt, wenn ihr euch erinnern könnt, Stacey Matrix, er ist so in der Mitte angesiedelt. Mit dem Sprung zum Komplexen. Das ist das Thema Lernbegleitung. Wir erleben es selbst bei unseren Kunden, dass Lernbegleitung eingesetzt wird bei Themen wie zum Beispiel digitaler Vertrieb, wo schon von Unternehmensseite einigermaßen klar ist, was sind Anforderungen, was sind Lösungen, aber die Marktsituation sich so verändert hat und so individualisiert ist, dass man nicht mehr einfach nur ein Zwei-Tages-Trainings los machen kann. Das ist der Fokus von Lernbegleitung. Lernbegleiter trennt sich ab von unten links in der Stacey Matrix, vom Training, von Trainern, wo es ja vor allem um Wissensvermittlung geht und auch, wie die Nele gesagt hat oder aufgezeigt hat, dann ganz oben rechts im rein agieren Kontext vom Lerncoach, der stärker die Unterstützung des Einzelnen bei selbstorganisierten Lernprozessen fördert. Das sind so die drei Rollen. Was zeichnet jetzt diesen Lernbegleiter aus, außer diesem Fokus? Lernbegleitung, weil er eben in der Mitte steckt, hat immer so zwei Ausgangspunkte. Der eine Ausgangspunkt ist, wozu soll denn das Ganze stattfinden? Das heißt, den Unternehmenszweck. Digitaler Vertrieb ist wichtig für das Unternehmen, dass eben die Mannschaft gerade durch die Pandemie auch online und digital Vertrieb leisten kann. Lernbegleitung vernachlässigt aber nicht den Lernenden in seinen Bedürfnissen. Ich zeige euch dann auch gleich ein ganz konkretes Beispiel, sondern blickt natürlich auch drauf, wer sind meine Lernende, was haben die für Bedürfnisse etc. Um dieses Ziel zu erreichen, also Unternehmensziel und ein Stück weit nachgelagert das Lernendenziel, gibt es jetzt natürlich ganz, ganz viele Lernformate. Nele Graf hat das ja auch angedeutet, werden ja dann informal, informell, selbstgesteuert, fremdgesteuert etc. unterteilt. Da könnte man jetzt viel zu sagen. Fakt ist, dass es heute einfach eine ganz, ganz große Anzahl an unterschiedlichen Formaten gibt, die sich einer agilen Lernbegleitung dahingehend bedienen kann, um zu sagen, was passt denn jetzt am besten, also welche Learning Journey aus diesen ganz unterschiedlichen Methoden passt am besten, um das Ziel oder das Wozu zu erreichen. Und natürlich findet das Ganze, das sage ich euch nichts Neues, nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern es gibt immer Rahmenbedingungen wie Führungsstrategie, Technik, Stakeholder und so weiter und so fort, wo diese Learning Journey, diese Lernbegleitung stattfindet. Wir werden immer konkreter. Was heißt das jetzt für die Rollen von Lernbegleitung? Wenn ihr soweit mitgebt, sagt, ja, das spiegelt so ein bisschen Weiterbildung so im mittleren Bereich des Daisy Matrix wieder, dann ergeben sich folgende Rollen daraus. Einerseits, es braucht den Lerndesigner, der quasi einen Überblick hat, was gibt es eigentlich alles, wo sind aber auch die Grenzen und Möglichkeiten der einzelnen Lernformate. Es braucht nach wie vor Online-Trainer, die eben in der Lage sind, Online-Formate zu bedienen. Es braucht Face-to-Face-Trainings, wenn es denn dann wieder mal geht, um zum Beispiel analoge Handlungsfähigkeiten zu trainieren. Das macht ja keinen Sinn. Einfaches Beispiel, analoge Gesprächsführung mit dem Kunden online zu trainieren. Online ist besser, Online-Kommunikation zu trainieren. Also, da gäbe es ja auch viel zu sagen. Es braucht den Content-Designer, wenn ich gerade jetzt zum Beispiel in Richtung Lernvideos-Gestaltung gehe, jemand, der sozusagen diesen Content designt oder auch kuratiert. Den Facilitator, der sich um den Rahmen kümmert, den Stakeholdern, die Führungskräfte etc. einbindet. Und auch der Lerncoach, der sich um individuelle Bedürfnisse kümmert. Das sind die Rollen, die quasi unter diesem Stichpunkt Lernbegleitung zusammengefasst sind. Wie vorhin erwähnt, wir kommen ja ursprünglich so aus dem Trainingskontext. Das war ja nicht das primäre Thema, aber aus meiner Sicht muss sich der Trainer hin zu dieser Rollenvielfalt wandeln, um dann eben als agiler Lernbegleiter Lernprozesse zu betreuen oder zu begleiten. Wo fühlt sich Lernbegleitung wohl? Ich hatte es vorhin schon gesagt, ein bisschen abstrakt im unteren Teil der Stacey-Matrix, eher nicht, eher so im mittleren Teil. Wenn ihr das an Formaten nochmal festmacht. Es gibt ja so die klassische Form des Lernevents, Face-to-Face-Training, das kann aber auch ein Webinar sein, einmalige Veranstaltung. Da findet Lernbegleitung kaum statt, weil auch hier kaum Mitgestaltung der Lernenden möglich ist. Zum Beispiel hier, wir haben jetzt einen klassischen Lernevent. Ihr könnt zwar ein bisschen mit dem Chat Einfluss nehmen, aber es ist ja keine Mitgestaltung groß von euch gegeben. Zweites Format ist so der klassische Blended Learning-Prozess. Das heißt, ich verflüssige eigentlich dieses Lernevent dahingehen, dass ich es in verschiedene Schritte aufteile, mit verschiedenen Formaten hinterlege. Was aber auch hier klar ist, das Ziel ist ganz klar vorgegeben. Also ich habe auch wenig Mitgestaltungsmöglichkeiten, als Lernender. Und genau, es ist in einer bestimmten Reihenfolge einfach abzuleißen. Also klassische Online-Kurse folgen ja genau diesem Prozess. Auch hier ist das Thema Selbststeuerung natürlich hochproblematisch. Manchmal dahingehend, dass die Leute einfach nicht das machen, was der Kursplan vorgibt. Da mache ich dann manchmal ein bisschen die Erfahrung, da wird dann auch ein bisschen mit der Infantilisierung von Lernenden gearbeitet. Das sind alles gut gemeinte Ansätze. Bitte nicht so wörtlich nehmen. Wo es dann um Drohungen geht, um Spielen, um Belohnung und so weiter und so fort. Das ist sicherlich alles gut und sinnvoll. Aber die Frage ist, ist es wirklich Lernen im tieferen Sinne? Lernbegleitung und aus meiner Sicht Lernen im tieferen Sinne findet im Lernzyklus statt. Und diesen Lernzyklus, den stelle ich euch jetzt mal ganz konkret vor, was Lernbegleitung heißt und wie ihr das konkret hier ausführen könnt. Wie gesagt, wir machen das viel mit Kunden. Wir machen das auch bei unseren eigenen Ausbildungen, dass wir genau hier vorgehen. Die Wissenschaft dahinter, die spart ich euch an dieser Stelle. Das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Nur ganz kurz, so ein Lernzyklus braucht Voraussetzungen, dass er funktioniert. Also allein, ich meine, ein iteratives Vorgehen ist natürlich en vogue, sage ich mal, aber allein das iterative Vorgehen ist noch kein Garant für Erfolg. Es braucht bestimmte Voraussetzungen. Und zum Thema selbstgesteuertes Lernen sind das aus meiner Sicht die drei Folgenden. Erstens, gnadenlos die Relevanz überprüfen. Sollen die Lernenden, die in diesen Lernzyklus mitgehen sollen, wirklich digitaler Vertrieb lernen. Ich erlebe oft, Stichwort Gießkahn im Prinzip, dass manchmal die Relevanz schlicht und ergreifend nicht gegeben ist. Und dann muss ich eben mit so Spiel- und Dompteur- und Dressurmethoden ran, um die Lernenden zu bewegen, irgendwie selbstgesteuert bestimmte Inhalte zu bearbeiten. Also Relevanz ist 70% von Selbststeuerung, sage ich jetzt mal pauschal. Der zweite Punkt und gleichzeitig ein didaktischer Grundsatz von Lernbegleitung ist, an echten Themen der Lernenden arbeiten und nicht an irgendwelchen Inhalten. Was meine ich damit? Die Lernenden sollen von Beginn an die Möglichkeit haben, zum Beispiel beim Thema digitalen Vertrieb, bestimmte Kundenprojekte, die sowieso im Arbeitsprozess bearbeitet werden müssten, einzubringen. Wenn die Lernenden keine echten Themen haben, die sie einbringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Thema gerade noch nicht relevant ist. Also so ein bisschen die Rückkopplung. Wir erleben es auch in Führungskräften, in Entwicklungsprogrammen, zu sagen, Vorratslernen ist out, sage ich mal. Und Lernzyklen funktionieren am besten mit echten Themen. Wie das genau geht, zeige ich euch auch. Und natürlich, ich glaube, die Erfahrung machen wir alle. Der Knackpunkt bei solchen Lernzyklen oder generell beim Thema selbstgesteuertes Lernen ist ganz häufig die Lernzeit. Oft beschworen, auch gerne beschlossen mit dem Thema, wir binden die Führungskräfte ein in einem Workshop und zeigen als L&D-Abteilung, was wir machen und wie wichtig das ist. Und tatsächlich ist dann die Erfahrung oft die, dass die Lernzeit eben nicht genutzt wird. Da könnte man es auch tiefer graben. Mein Hinweis an dieser Stelle nur. Ich glaube, als L&D, als Personalentwicklung, als Trainer etc., darf man nicht stehen bleiben beim Thema Lernkultur. Wichtig, ohne Zweifel. Aber man darf nicht stehen bleiben beim Thema Lernkultur, beim Thema Führungskräfte einbinden, sondern muss tatsächlich auch sozusagen auf die harten Strukturen gucken, auf Führungsinstrumente und so weiter, Strategie. Also all das, was vielleicht klischee-mäßig so die Learning and Development Abteilung nicht unbedingt so mag, sage ich jetzt mal. Das sind die Voraussetzungen. Aber wie geht es um einen Lernzyklus? Einen Lernzyklus, ich gebe dieses Beispiel von Digitalvertrieb, heißt eine Mannschaft, Vertriebsmannschaft sollte in digitalem Vertrieb aufgeschlaut werden. Wir haben daraus Folgendes gebaut. Am Anfang eines jeden Lernzyklus einer Lernbekleidung ist immer ein Onboarding, wo Lehrziele vorgestellt werden. Also was möchte das Unternehmen? Aber gleichzeitig die Lernenden auch aufgefordert werden, ihre persönlichen Lernziele zu formulieren. Was möchte ich innerhalb dieses Rahmens erreichen? Es geht um Rollen klären. Was ist die Verantwortung des Lernbegleiters und was ist die Verantwortung der Lernenden? Zum Beispiel finden in so einem Lernzyklus immer auch Eins-zu-eins-Gespräche statt, die wir empfehlen, über so You Can Book Me Kalender zum Beispiel zu buchen. Die Frage, und das ist vielleicht ein Detail, aber das ist ganz, ganz entscheidend und sagt auch viel aus über die Motivation der Lernenden. Wer bucht diese Termine? Natürlich buchen diese Termine die Lernenden. Aber sowas muss geklärt sein. Kein selbstgesteuertes Lernen ohne irgendeine Form von Vernetzung und Social Learning. Das ist nicht ein netter Zusatz, sondern das ist aus meiner Erfahrung und auch aus vielen Untersuchungen die Notwendigkeit von selbstgesteuertem Lernen. Einer der erfolgreichsten Methoden in der letzten Jahre ist ja Working Out Loud und da ist es ganz klar, dass der soziale Aspekt, sich mit fremden Menschen zu vernetzen, ein ganz, ganz entscheidender Erfolgskriterium ist, jenseits oder neben den inhaltlichen Punkten, die ich da lerne. Und Klärung Lernkompetenzen, kann ich das, habe ich nicht Zugang zu verschiedenen Medien, weiß ich, wie ich auf Lernplattformen komme und so weiter und so fort. Zweiter Punkt, Lernimpulse. Also die sind ongebordet, sie sind eingestellt, ganz, ganz wichtig. Man muss es wirklich oft wiederholen. Dann kommt ein Lernimpuls mit unterschiedlichen Formaten. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, sehe ich gerade. Das können Lernvideos sein, das kann eine LXP sein mit eingebundenen externen Inhalten. Ganz egal, würde ich es sagen, an dieser Stelle, es kommt darauf an, dass die Usability gewährleistet ist. Das heißt, ein einfacher Zugang und die Lernimpulse müssen relevant sein. Lernimpuls kann aber auch von einem Lernbegleiter mal ein kurzer Impuls über Online-Training etc. sein. Also da haben wir heute ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber aus meiner Sicht ist es gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, und hier brechen leider viele Lernzyklen ab oder kommen gar nicht in den Zyklus, dass es im zweiten Schritt um das Thema Anwenden geht. Ja, ich habe jetzt was gelernt. Ich habe jetzt gelernt, wie man digital präsentiert und jetzt soll ich es anwenden. Was kann hier die Aufgabe des Lernbegleiters sein? Er kann mit dem Lernenden so einen Anwendungsfall vorbereiten und er kann auch in die Auswahl und Abstimmung von Anwendungsfällen zum Beispiel mit Führungskräften gehen. Wo kann der Junge das denn mal anwenden? So, das ist eine häufige Diskussion, die wir da auch führen. Also Lernimpuls ohne Anwendung, ohne Folgeprozess ist aus meiner Sicht nicht so effektiv. Dann geht es weiter im Zyklus, Sie ahnen es, einfach Feedbackreflexion des Anwendungsfalls. Was kannst du beibehalten, mehr, weniger und eventuell angepasste Lernimpulse zu geben? Ganz einfach eigentlich. Das muss jetzt nicht unbedingt der Lernbegleiter machen, das können natürlich auch die Peers machen, die Kollegen. Allerdings müssen sie darin ausgebildet sein, qualifiziertes Feedback zu geben. Das geht ja auch nicht automatisch. Und dass ich dann im, oder dass der Lernende im nächsten Schritt dann auch nochmal die Möglichkeit hat, das Gelernte zu optimieren. Gleiches Spiel wie beim Anwenden, vielleicht nochmal einen Kundenfall auszuwählen, wo er eine digitale Präsentation halten kann. Das Ganze ist eingebettet immer, ich betone immer, in irgendeiner Form von Community, die ich natürlich im Onboarding schon initiiere. Das kann Lerntandem sein, das kann irgendein Persistent Chat sein, das kann eine Plattform sein, wo die Lernenden ihre verschiedenen Lernprojekte sozusagen auflisten und sie kollaborativ zusammenarbeiten können, je nachdem, was die Organisation entsprechend zur Verfügung hat. Ganz großartig sind natürlich auch so Formate wie Lean Coffee, Barcamp, auch gerne virtuelles Barcamp, wo jeder dann das mal einspeist, seine Erfahrungen. in dieser ganzen Zeit ist der Lernbegleiter als Ansprechpartner steht zur Verfügung, und zwar inhaltlich und methodisch. Und da ist das Interessante, da erfährt man dann manchmal in diesen Eins-zu-eins-Gesprächen, die ich auch jetzt nicht für einen Luxus halte, sondern wirklich für notwendig, an was es manchmal liegt, dass der Lernende nicht weiterkommt. Zum Beispiel, er ist sich seiner Rolle noch gar nicht so bewusst. Das heißt, es geht gar nicht direkt um Inhalte, sondern erst mal um Rollenfindung und so weiter. Genau, und nach dem ersten Zyklus, Zyklus Kundenpräsentation, erfolgt eine kurze Retro, Anpassung, Planung, zweiter Zyklus, sodass ich letztendlich verschiedene Lernzyklen habe, die ich iterativ miteinander verbinde und die als Hauptcharakteristikum haben, im Gegensatz zu so einem klassischen Blended Learning Prozess, dass sie porös sind für die Erfahrungen und Anliegen der Lernenden. Von daher steigt die Mitgestaltung und von daher steigen auch natürlich motivationale Aspekte. Zum Schluss, ich sehe, ich habe noch eine Minute. Lohnt sich der ganze Aufwand? Weil Lernbegleitung ist aufwendiger. Ich kann das natürlich auch mit einer Führungskraft quasi ein Stück weit kreieren, dass die Führungskraft Lernbegleiter ist, aber Kunden von uns, die bilden Lernbegleiter aus und schicken die in die Teams rein und dann gibt es einen Lernbegleiter pro Team zum Beispiel. Lohnt sich der Aufwand? Aus meiner Sicht ja, weil die Relevanz und Mitgestaltung einfach Abbrüche minimiert. Abbrüche, dass Lernende einfach aussteigen, entweder faktisch oder psychisch. Der zweite und wirklich nicht zu vernachlässigende Vorteil von Lernbegleitung ist, die Lernergebnisse sind auch Arbeitsergebnisse im besten Fall. Das heißt, wenn der zu seinem Kunden fährt oder nicht fährt, sondern eine digitale Präsentation beim Kunden machen, dann ist das ja auch Arbeitszeit. Das heißt, es hat vielfältige Effekte zum Thema, wie teste ich auch den Return on Invest, weil der findet ja teilweise schon in diesen Lernzyklen statt. Und klar, durch das iterative Vorgehen und die Porosität dieser Lernzyklen ist Anpassung leicht möglich, sodass es nicht so ein monolithischer Block ist, sondern ich kann immer wieder die Bedarfe der Lernenden einbeziehen. Höchens うん. die an anderen